Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplays. Hier haben wir die Freestylerin und ist ein Reaktiv-Skin. Bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Kills und das hat hier dieser Spieler geschafft. Also schauen wir uns mal gleich dieses Gameplay an. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item-Schlauch unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, lassen wir es doch einfach mal laufen, oder? Okay. Ja, da hinten auch dieses spezielle Backpack. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, was passiert. Also man erkennt jetzt irgendwie nichts, dass da jetzt irgendwas ist. Den nächsten Kill. Aber auch da wiederum kann ich jetzt nichts irgendwie erkennen. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert. Farblich ändert sich scheinbar nichts. Soll ja reaktiv sein, der Skin. Aber jetzt hat er sich einen Rocket Launcher genommen. Okay. Er hat hinten auch das Backpack drauf, ne? Dann spezielles Rund vielleicht abgespielt. Der jetzt vielleicht in der Wiederholung gar nicht zu sehen ist, kann das sein. Okay. Let's go. Das war's für heute. Ja, das tut mir leid, aber ich kann da jetzt aktuell wirklich nichts erkennen. Aber jetzt sieht's schon cool aus, ne? Im Dunkeln. Oh. Mal schauen jetzt hier im Dunkeln. Sieht das Ding schon cool aus. Auch hier oben dran nichts zu erkennen jetzt. Dass da was passiert. Lassen wir es einfach mal laufen. Ach so, der stand einfach nur da, okay. Okay. Nun, da landet ja wieder fast auf der gleichen Stelle der Typ da unten. Und hier wird einfach mit der Rocket dann reingefeuert. Wobei, den da unten hätte er sich wahrscheinlich holen können. Was macht er jetzt, vermute ich mal. Ja, den einen Kill holt er sich jetzt. Ja, und wieder mit dem Rocket Launcher. Na, der war aber deutlich daneben. Jetzt nochmal kurz die Rocket hinterher gejagt. Noch eine Rocket hinterher gejagt. Noch eine. Ja, wenn euch das heutige Gameplay gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal daheim, wenn es wieder heißt. Fortnite Skin Gameplays. Mit mir dann gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Ich finde voll geil, das Teil.